Das sind die Friseurhunde. Am meisten macht sich das bemerkbar, weil ich in manchen Bereichen extrem gut bin, in manchen Bereichen extrem schlecht und ich alle Geräusche und Sinneseindrücke gleich stark wahrnehme. Das ist am kompliziertesten an Asperger zu erklären, mit diesem inhomogenen Kompetenzprofil, warum ich manche Sachen kann und manche gar nicht. Ganz toll! Schaukeln ist unsere Lieblingsbeschäftigung. Ich heiße Bettina, ich bin 40 Jahre alt, bin von Beruf Polizeikommissarin. Ja, man kann sagen, alle drei Kinder haben eine gute Portion von mir mit abbekommen. Der eine so, der andere so. Alle drei haben die Diagnose Asperger-Syndrom. Erkennst du dich in deinen Kindern wieder? Ja, doch, das tue ich schon. Ja, einfach sich mit Dingen beschäftigen, mit denen sich vielleicht andere Kinder nicht so unbedingt beschäftigen auch, aber nicht so intensiv. Ich glaube, das ist das, dass die Intensität eine große Rolle spielt. Ich heiße Jörg, bin 51 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder. Mein Sohn hat Asperger-Autismus und ich habe auch Asperger-Autismus und ich weiß es seit circa vier Jahren. Für andere Leute ist das eine Krankheit. Für mich ist es einfach nur ein defektes Umgang mit Menschen. Bestimmte Arbeitsschritte mache ich immer wieder gleich. Auch diese Inselbegabung. Bei mir ist es Mathematik, Physik, Chemie. Dass man sich nicht mit Leuten beschäftigen will, weil man davor Angst hat. Dass man das so kompensiert, dass man dann so mit den Leuten umgeht, dass sie gefühlt haben, man interessiert sich für sich. Optisch so tut, als würde man sich mit denen befassen, aber man macht es nicht. Man entwickelt auch im Laufe der Zeit Strategien, um das immer weniger auffällt. Kann man das ein Leben lang machen? Nein, man kann das nicht ein Leben lang machen. Man muss sich sehr darauf konzentrieren und so viel Energie hat man gar nicht, dass man es ständig machen kann. Wenn du gefragt wirst, was ist das überhaupt? Was antwortest du? Also in der Regel so, dass ich Schwierigkeiten, Emotionen zu erkennen. Bei einem Menschen auch eher nicht, öfters nicht nachvollziehen kann, warum macht das ein Mensch, das dieses Verhalten zeigt. Weil es nicht für mich logisch nachvollziehbar ist. Ich verhalte mich immer anders als normale Menschen in vieler Hinsicht. Bist du denn kein normaler Mensch? Ja gut, ich bin halt anders als die meisten Menschen in vieler Hinsicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich finde difference ist nicht. Ich weiß nicht. Du glaubst nicht. Im Moment das problem, man scheffective ist auch nicht der Grund zum na besten Fuß cosmosz항gerist. Auch die Kriterien in vielszigern können bei einem Menschen leben. Eич der Hintergrundness hat davon. Vielen Dank.